Und, was sagst du? Das ist doch keine Katastrophe. Ah, schon. Nimm es schon auf? Nee, oder? Doch. Echt? Warum sagst du nichts? Was, wenn ich jetzt gepubbelt hätte? Die Leute wissen, dass du popelst. Aha. Okay, erzähl. Was stört dich? Also, mich stört. Also, ich hätte gerne das Blonde. Also, die Haare müssten ein Stückchen ab. Okay. Wie wird so ein Kripp? Nee, nicht so kurz so das Nötigste, was du abmust. Dass die einfach schön gerade wieder sind und nicht so fizzelig. Okay. Dann könnt ihr das Blonde ein bisschen hochziehen wieder. Okay. Das ist halt mal etwas höher, weil jetzt gerade ist ja übel auch rausgewachsen. Aber nur so bis hier oder so, dass es immer noch natürlich aussieht. Und ich würde gerne mal vielleicht ein Olaplex ausprobieren, ob das besser ist für meine Haare. Da kann ich dir auch gleich darüber berichten. Das habt ihr ja auch, gell? Sollen die Spitzen nachher komplett heil sein oder dürfen auch dunkle dazwischen sein? Wir dürfen auch dunkle dazwischen sein. Richtig schön natürlich. Genau. So wie jetzt auch, nur halt so ein Stückchen hochgezogen quasi. Ich bin nicht so rausgewachsen. Cool. Und vom Schnitt her keine Stufen, oder? Nein, am besten einfach nur gerade. Nur hier vorne halt. Hier vorne sind ja welche drin. Es muss wahrscheinlich ein Stückchen ab, weil die sehr ausgefrannt zu unten sind. Das sehe ich gerade. So ein bisschen das Blonde hier. Aber mehr muss nicht. Mehr abmeinst du? Nicht mehr. Nee, okay. Das ist doch gut. Nee, 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 nee. Okay, perfekt. Dann weißt du Bescheid? Super. SD. Das ist doch relativ. pro Das war's für heute. 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 Das war's für heute.